Herzlich Willkommen zurück zu Minecraft mit Kamera. Schön dass ihr dabei seid. Greenscreen läuft. Es ist Tag. Das Fenster da drüben. Das leuchtet mich von der Möhre an. Ich weiß noch nicht wie das im Dings ist. Könnten wir heute mal eine kleine Lauf-Erfolge machen. Wir hatten jetzt alles vorhin. Ich habe hier irgendwo noch ein paar Schilder-Ries. Schilder-Ries. Ja das funktioniert ja mit Schilder nehmen. Das ist blöd. Ich gucke jetzt trotzdem. Wir nehmen mal die 15 Teile mit. Und preisen wir mal auf die Schilder. Vielleicht haben wir ja noch Börschen drüber. Welche Ursch. Vielleicht haben wir noch 2 Rischen Schilder. Das ist gar nicht mal so. Geil das. Das ich jetzt hier an den Grund so nützlich sehe. Wenn es nicht nützlich ist. Ich gucke. Und blende das doch schon ganz schön rein. Aber naja. Hier ist auch nisch. Ich muss mich mit dem Greenscreen erstmal so nützlich. Ein Unterschied zu sehen. Aber das ist ja immer eine Nisch. Nichts kann der jungen Schilder. Gehen sie jetzt einfach mal sehen. Mal gucken. Das so. Rückgleich der Funktion. Das die Gedanken hätte man auch oben machen können. Eigentlich hätte ich jetzt vorgehabt. So. Was ich so zu machen. Was ich so sage. Das kleine. Wie man sagen kann. Wenn du dann. So. Sagen wir mal. Einmal. Das. Das. Ich muss. Du. 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 Ich drücke die Spannung an. Ich schaue dich gleich. Ich schaue dich gleich. Ich schaue dich gleich. Das ist schon der erste. Das ist schon der erste. eigentlich muss ja alles abdunkeln also draußen sollte nicht kommen wird jetzt einfach mal das nicht was schon draußen kriegen ob das denn so funktioniert ich würde sagen alles Das ist so kalt. Oh ja. Scheiße. Das sollte warten, dass wir hier auf dem ganzen Warschmall noch boppen. das ist nicht so gut, ich muss mir dann mal nachher voll überlegen, ich will hier alles abdenken und damit lernen und arbeiten, weil ich sehe auf der Seite, wo jetzt die ranken sind, sehe ich fast nicht so, die wollten ja dort abbauen das ist quasi, wenn wir eine erneute testen haben, den zu kriegen vielleicht das kann wirklich viel helfen ja, müssen wir dann noch mal anderes basteln, hier ein zwanz das ist schon ja, wie kann man basteln? nein, hätten wir einen mehr, hätten wir einen zu finden da ist noch eins da ist noch eins da ist noch eins ach, klar, der fünfe ja, sechse hätten wir da machen können dann machen wir hier eins, zwei, drei, vier, fünf und so, und die machen wir einfach mal hier so als roll das ist noch nicht so, das ist noch eins ich finde, dass wir jetzt noch ein vor allem das ist noch eins Da müssen wir jetzt mal schauen, was wir alles da rein finden. Wir sagen, wir klopfen erstmal unser Gesamtes und brauchen irgendeine Scheiße. Man könnte die... Man könnte die hier dran machen. Also sagen, hier, hier, das da, das da. Schmeckt. Wir klopfen erstmal unseren Tauch hier rein. Gut. Du hast ihn da gut, gerne, 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 gerne. Das passt aber jetzt so. Wir machen hier noch die... HoppLY, hier kommt der... Den Stall will ich bauen. Aha, ich will... Gehe ich so gar nicht mehr. So... Kleine Stücken! Kleine Stücken! Was ist mit dem Dumms hier raus? Das Eis nehmen wir gleich mal mit. Ich weiß nicht, wie ich den ganzen Bühlen dahin soll. Wenn es zu warm ist, läuft mir manchmal ordinal. Gerade beim Aufnehmen ist es immer so. Die Lampen müssen wir immer aufstellen oder? Wir klauzen hier erstmal nur die Schärme rein. Den anderen Plunder erstmal. Den Plunder nehmen wir mal mit. Den nehmen wir nämlich eine Plunde. Vor allem für die Kleiner. Ich glaube ganz oben waren wir ja fertig noch. Was ist eigentlich hier noch fertig gemacht? Hier waren wir wohl fertig. Fertig! Ne, hier waren wir noch nicht fertig. Hier waren wir fertig. Hier waren wir fertig. Fertig! Hier sind wir eigentlich nur hier. Hier sind wir eigentlich nur hier. Hier passt dann. Oh, nein, da wird. Nein, da wird. Beier haben wir noch. Ach, hier brauchen wir überhaupt nichts. Stimmt ja, da brauchen wir nichts. So, da hätten wir die Etage auch fertig, da brauchen wir bloß nach unten jetzt. Und dann irgendwann mal den Keller ausbauen. Da habe ich schon fertig hingemessen. Das verstehe ich auch nicht. Das muss man vielleicht bei Gelegenheit mal machen. Hier wieder. Da müssen wir auch noch was so probalen. Stimmt. Wir kommen von der anderen Seite runter, ne? Hier kommen wir runter, ne? Hier rein. Dann müssen wir hier anfangen. Jetzt sind wir. Das sehen wir. Ja, hier. Ach, hier haben wir auch. Genau. Ich hätte dann Platz von dem wieder rein. Davor. Dass er ist. Wie das wir dann wieder kennen haben. So, da oben haben wir alles fertig. Hier sind wir auch soweit durch. Soweit durch. Soweit durch. Du blimmst das runter, dann fließt der Sölder. Dann fliegst du hier rein, dann dort da. So, dann brauchen wir noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechse brauchen wir noch. Sechse brauchen wir noch. Und dann sind wir damit durch. Und dann, ja, hier unten. Und dann mal loslegen. So, da ist wieder Tag. Da sehe ich auch mal, oder was? So, wenn wir in die Bratsch hier rein geklappen. No, sack. Erbschen. Was ist der? Ah. Jetzt. Ich gerade den Piepser sehe. Im Vogelhaus wollten wir einer bauen. Einen verdanischen Garten wollten wir einer bauen. So, die nehmen wir mit. Das ist meine. Könnten wir eine Schwarz-Eiche anbauen. Fortgemercht. So. Genau. Ist schon gewachsen. Sehr schön. Schwarz-Eiche ist auch schon. Einer da. Wollen wir mal noch die vier Z-Länge. Da bauen wir noch eine Schwarz-Eiche an, wenn wir es können. Kappel die Phase. Nicht genug. So. Hier haben wir die drei. Da haben wir den hier rein. Automatisch einsortieren wäre auch jetzt wieder. Voll geil. Die Scherne haben wir alle hier rein. Und hier haben wir die. Da rein. Ich weiß nämlich noch nicht wie ich sortiere. Eigentlich könnte man schon mal anfangen zu sortieren. Das sieht aus wie Wolle. Auch noch nicht. Ist es der Kulz? Oh nein. Ja. Kann man hier er nun. Der Bums. Da rein. Ähm. Voll, den machen wir jetzt. ich denke einmal gucken einmal kicken was dort ist ich würde auch mal sagen bevor jetzt kann man nicht mal wissen vorher den botanischen garten wir müssen vorher auch noch die kirche bauen ich brauche hier bloß die kirche weil ich habe neue pläne für eine glückliche hauptstadt das hier ist derzeit unsere hauptstadt hauptstadt jetzt haben wir das letztendlich rausgeschnitten ich mache dann zwischen den folgen das wäre schon mal um das nervige ausmachen das kisten ja so viele sind das gerade noch weil ich will das halt mal hier weg haben ich würde sagen wir sehen uns einfach in der nächsten folge dann wird das vielleicht alles schon weg sein wenn ich es schaffe oder wenn ich lust habe jetzt sehen uns in der nächsten folge bis zum nächsten mal und ciao mit v